Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich fand es sehr bemerkenswert bei der Rede der AfD, in welcher epischen Breite über einen minimalen Gesetzentwurf dort referiert worden konnte. Man kann schon noch einmal festhalten, dass die Länge der Rede im umgekehrten Verhältnis zur Qualität des Gesetzentwurfs stand. Wir reden jetzt über den § 8 Abs. 1 Satz 1 des GZSG-Gesetzes. Es ist in der Tat so, dass bei Maßnahmen über eine Million bei der Entnahme von Mitteln aus dem Sondervermögen der Haushaltsausschuss seine Zustimmung erteilen muss. In dem ursprünglich von der Landesregierung eingebrachten im Gesetzentwurf war die Grenze noch 10 Millionen. Es war eine Initiative und ein Vorschlag der Linken, dieses Quorum auf eine Million zu senken, um sozusagen bei mehr Maßnahmen beteiligt zu werden. Das ist jetzt eine historische Interpretation, die sicherlich auf Seiten der CDU nicht so gern gehört wird, dass sie dann im Vorschlag der Linken gefolgt sind. Aber ich denke, das ist auch in der Sache nicht entscheidend, von wem der Vorschlag kam. Das Zustimmungsquorum von eine Million scheint sich aus unserer Sicht bewährt zu haben. Eine Streichung der Eilbedürftigkeit verbessert die Kontrollfunktion oder würde die Kontrollfunktion überhaupt nicht substanziell verbessern. Frau Schardt-Sauer hat es gesagt, dass von den 51 Maßnahmen, die wir bisher beschlossen haben, lediglich eine eilbedürftig war. Der Kollege Weiß hat darauf hingewiesen, dass wir in einer Pandemie leben, in der eine Regierung auch kurzfristig handeln muss. Wir werden natürlich darauf achten, dass dieses Recht nicht missbraucht wird. Aber bisher gibt es keinen Anlass, das so zu sehen. Ein Großteil der Maßnahmen passiert sowieso dem Haushaltsausschuss, weil die Mehrheitsverhältnisse sind, so wie sie sind. Sie sind erschreckend stabil. Interessant ist aber, dass ein Großteil der Maßnahmen durchaus auch eine breitere Zustimmung findet. Das wird jetzt die Regierung freuen. Sie kann ja immer sagen, na ja, aber da hat doch die Opposition unseren Maßnahmen mit zugestimmt. Aber unabhängig davon, wie man das dann parteipolitisch im Spiel nutzen möchte, gilt für uns noch einmal, dass wir richtigen Initiativen und richtigen Sachen auch unsere Zustimmung geben, auch wenn wir grundsätzlich der Meinung sind, dass da noch mehr getan werden muss. Es war im Übrigen auch eine Anregung unserer Fraktion, dass man über Maßnahmen aus dem GZSG-Gesetz auch hier im Landtag im Nachgang noch einmal politisch diskutieren kann, um die Bewertung der Maßnahmen in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen. Davon wird ja auch rege Gebrauch gemacht. Das werden wir morgen dann noch einmal machen. Insgesamt muss man sagen, dass die Kontrolle und der Einfluss des Parlaments über den Vollzug des Haushalts in dieser Form mit dem GZSG-Gesetz gestärkt worden ist, weil nämlich in der Vergangenheit der Landtag beim Haushaltsvollzug lediglich im Nachgang über die Ausgaben informiert worden ist, das dann auch politisch diskutieren konnte, aber eben nicht im Haushaltsvollzug mitentscheiden kann. Offen ist die Frage der Transparenz, also wie der Haushaltsentwurf insgesamt mit den Mitteln des Sondervermögens korrespondiert, wie das ineinander geht und wie das dann für den Landtag als Haushaltsgesetzgeber nachvollziehbar ist. Aber das werden wir dann im Rahmen der Haushaltsdiskussion noch weiter debattieren. Im Grundsatz ist klar, wir sind in einer Krise. Diese schafft große Unsicherheiten. Millionen Menschen bangen um ihre Existenz. In einer solchen Situation ist es wichtig, auch öffentliche Mittel in die Hand zu nehmen, um der Krise entgegenzuwirken. Diese müssen zum Teil zumindest dann auch kreditfinanziert sein. Dabei kann man den Weg eines Sondervermögens gehen. Die Kritik von unserer Seite in jedem Fall ist nicht, dass Schulden gemacht werden oder dass die Landesregierung Maßnahmen ergreift. Unsere Haltung ist eher die Frage, ist das, was die Landesregierung macht, geht das in die richtige Richtung? Werden die zentralen Probleme in unserem Land angepackt? Mangel an bezahlbarer Wohnraum, Diskussionen um Verkehrswende, Armutsbekämpfung? Oder werden die Mittel dann letztlich doch nur dafür genutzt, die schwarz-grünen Koalitionsvorhaben über die Legislatur zu retten, auch wenn da im Einzelnen sinnvolle Maßnahmen dabei sind? Darüber müssen wir uns streiten. Dafür braucht es aber nicht einen minimalen Gesetzentwurf einer Fraktion, die nicht mal in der Lage ist, eine kursorische Lesung so zu organisieren, dass auch alle Fraktionen daran vernünftig teilnehmen können. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.